Vielen Dank, Herr Freusker. Ja, meine Damen und Herren, ja, zunächst mal muss ich mich natürlich beim Veranstalter bedanken für das Thema. Ich muss ja glücklicherweise keinen eigenen Vorschlag zur Gesundheitsreform machen. Das ist schon mal sehr angenehm. Also von mir erwarten Sie, ich schätze mal so etwas aus dem Maschinenraum der, sagen wir mal, Politikvorbereitung. Das will ich gerne machen. Und ich muss auch gleich ein bisschen, um Abbitte im Voraus, Sie bitten, mich zu entschuldigen oder mir zu entschuldigen, dass ich vielleicht dem einen oder anderen, sogar dem Veranstalter, ein bisschen aber zart auf die Füße trete an einigen Stellen. Nun, Sie wissen ja alle, bekanntlich kann man am besten streiten und diskutieren über Trivialitäten. Deswegen möchte ich mit zwei trivialen Vorbemerkungen beginnen. Sie werden sehen, vielleicht sind die doch nicht ganz so trivial. Erste Vorbemerkung. Demokratie bedeutet durch freie Wahlen legitimierte Herrschaft auf Zeit. Und Politik in einem demokratisch verfassten Gemeinwesen bedeutet gesellschaftliche und damit beispielsweise auch gesundheitspolitische Fehlentwicklung am besten, antizipativ zu verhindern. Wenn das nicht möglich ist, reaktiv zu beseitigen. Antizipative Politik ist in Lehrbüchern die beste. In der Realität findet man sie nie. Die meisten Probleme sind bestens prognostiziert. Deswegen, Politik besteht durchweg im Reagierend und Nachsteuern. Allerdings, mindestens genauso wichtig in der Realität ist eine dritte Form der Politikvariante, die nicht in Lehrbüchern steht. Das ist die rhetorisch-semantische Problemlösung. Bei der antizipativen und reaktiven Politik versucht man eine missliche Situation an ein Soll, was man wünscht, anzunähern. Sehr oft besteht aber Politik daran, aufgrund der fehlenden Handlungsmöglichkeiten, dass man das Soll an die missliche Realität anpasst. Nur zwei Beispiele und ich würde gerne mal eine gesundheitspolitische Dissertation darüber schreiben lassen, wie weit verbreitet diese Politik im Gesundheitssystem. Das sind nur zwei Beispiele. Zu Beginn der 1970er Jahre seiner Kanzlerschaft hat Willy Brandt, damals Bundeskanzler, jedem Deutschen die Haltung seines Arbeitsplatzes garantiert. Das war die sogenannte Vollbeschäftigungsgarantie. Die erste Erdölkrise kam, dann garantierte Willy Brandt jedem Deutschen einen Arbeitsplatz. Es wurde nur ein Buchstabe gestrichen. Sein Nachfolger, Helmut Schmidt, garantierte dann jedem Deutschen, ja zunächst jedem arbeitsfähigen Deutschen einen Arbeitsplatz und dann jedem Arbeitswilligen und das Problem der Arbeitslosigkeit war gelöst. Es gab mal einen Mangel an Leerstellen in Deutschland, Anfang des Jahrtausends. Und deswegen haben die Bundesregierung und die Spitzenverbände der Wirtschaft mit großem Applomb am 16. Juni 2004 den Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräfte Narkos in Deutschland verabschiedet. Hier im Pakt verpflichteten sich die Verbände der deutschen Wirtschaft im Jahresdurchschnitt. 30.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen, klingt toll. Nur gebraucht worden wären zusätzliche Arbeitsplätze. Neue entstehen jedes Jahr automatisch und die Zahl kann sogar zurücklegen. Das Ausführungsproblem war gelöst. Und wie gesagt, ich würde gerne mal im Bereich der Gesundheitspolitik sehen, wie Probleme gelöst werden. Die rhetorisch-chemantische Bewältigung ist eine sehr verbreitete. Zweite Vorbemerkung. In den Jahren 1974, 75 hatte ich mal für anderthalb Jahre die Möglichkeit, in der Planungsabteilung des Bundeskanzleramtes unter Helmut Schmidt zu arbeiten. Und da habe ich eine Menge Erfahrungen sammeln dürfen, die mein Politikverständnis, vielmehr noch mein Verständnis für wissenschaftliche Politikberatung geprägt haben und damit auch meinen späteren Berufsweg. Und der wichtigste Satz, den ich dort gelernt habe von Helmut Schmidt lautete, in einer Demokratie geht jedem gestaltenden Schritt, Reform, ein mehrheitsbeschaffender Prozess voraus. Politik hat also zwei Gesichter. Das ist eine Art Janusköpfigkeit der Politik. Im Angelsächsischen haben wir da schöne Begriffe für. Da reden wir von Policy und Politics. Policy ist die theoriegeleitete Entwicklung von Strategien zur Lösung von Problemen. Das ist das, was wir in der Uni lehren und lernen. Monetary Policy, Labour Market Policy, Fiscal Policy. Nur, selbst durch die beste Strategie wird kein Problem gelöst. Sie müssen sie umsetzen. Und das thematisiert der Begriff Politics. Das heißt also, eine Reform, die nicht die Umsetzung mitbedenkt, ist, fürchte ich, eine schlechte Reform. Nämlich man will ja keinen Vorschlag machen für den Bücherschrank, sondern man muss auch immer, wie gesagt, mitdenken. Und dazu werde ich gleich einiges sagen. Nun zum Thema. Gesundheitsreformen sind nicht nur in Deutschland, sind in allen entwickelten Ländern ein außerordentlich mühsames Geschäft, sowohl für die Berater wie für die Politiker, die die Reform durchsetzen müssen. Das sind zwei Gründe. Der erste Grund ist ganz banal. Er besteht ja in der schlichten Größe des Gesundheitsbereichs, der gesamtwirtschaftlichen Bedeutung und der Zahl der dort beschäftigt. Nur ein Beispiel. In Deutschland arbeiten gegenwärtig, am aktuellen Rand sind ganz neue Zahlen, werden fast 425 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das sind knapp 9 Prozent des BIP. In diesem Bereich, in dieser Gesundheitswirtschaft arbeiten sechs Millionen Erwerbstätige. Das entspricht mehr als 14 Prozent der insgesamt 42 Millionen Erwerbstätigen. Damit ist die Gesundheitswirtschaft der wichtigste deutsche Arbeitgeber in Deutschland. Und zudem sind die dort Tätigen durchweg, sitzen hier im Palmraum, bestens organisiert und damit in der Lage, ihre Interessen in den politischen Willensbildungsprozess reinzubringen. Das ist der große Unterschied zu einer Rentenreform. In einer Rentenreform gibt es eigentlich keine Industrien, die da dranhängen. Das ist ein Durchlaufrecht zu das System. Im Gesundheitsbereich hängen unendlich viele Beschäftigte Industrien daran. Und da es nur in Lehrbüchern, aber nie in der Realität Pareto optimale Reformen gibt. Das heißt, eine Reform, die niemand schädigt, aber einen besser. Das gibt es in Lehrbüchern, aber in der Theorie nicht. Hat jede Reform, zwingend auch jede Effizienzerhöhung, ja immer, ist immer mit gruppenspezifischen Verlusten verbunden. Und die zu verhindern, ist in einer Demokratie das legitime Interesse der Verbände. Und da es umso bedeutender gesamtwirtschaftlich die Gesundheitswirtschaft ist, und sie ist mittlerweile eine der großen Wachstumsbranchen in Deutschland, umso schwieriger wird es sein, Reformen durchzubringen. Eine zweite Vorbemerkung ist, jetzt trete ich vielleicht jemanden auf die Füßen, wie soll man denn eine rationale Policy im Gesundheitssystem schaffen? Policy heißt ja, ich habe fest operationalisierte Ziele, die weichen von einem, die Realität weichen von diesen operationierten Zielen ab und dann verändere ich die durch Maßnahmen. Also Reformen setzen eigentlich, policyrationale Reformen, eine Identifikation der Schwächen und Stärken eines Gesundheitssystems voraus. Das heißt, eine Operationalisierung. Und das ist viel mühsamer und schwieriger, als Sie glauben. Es gibt eine Reihe von Strukturparametern, beispielsweise Prozentsatz der Versicherten an der Gesamtbevölkerung, die Ärzte- und Krankenhausdichte, die Wartezeiten bei Operationen, die Qualität und Schnelligkeit der Arzneimittelversorgung und die vorhandenen oder nicht vorhandenen Alters- oder einkommensmäßigen Zugangsbarrieren zu medizinischen Leistungen. Gemessen an diesen Strukturparametern ist trotz der Krisenrhetorik, die die gesundheitspolitische Diskussion in Deutschland seit fast 40 Jahren begleitet, das System steht immer kurz vor dem Zusammenbruch, also ich bin ziemlich alt, ich kann das sagen, es steht immer kurz vor dem Zusammenbruch, ja. Also gemessen an diesen Strukturparametern ist Deutschland im international Vergleich ganz hervorragend aufgestellt. Aber jenseits dieser Strukturparameter ist es außerordentlich mühsam, wirklich belastbare Maßstäbe für die Qualität, sprich die Input-Outcome-Relation unseres Gesundheitssystems zu identifizieren. Ich werde einige Beispiele bringen. Hinsichtlich der Höhe der Gesundheitsausgaben liegt Deutschland gemessen am BIP hinter USA, Schweiz und Frankreich Platz 4, nämlich die absolute Höhe als Maßstab liegen wir auf Platz 9 und die Ausgabendynamik, das haben wir heute Morgen schon gehört, flach wie ein Brett, faktisch nicht existent jedenfalls im Vergleich zu den OECD-Ländern. Und einen signifikanten Zusammenhang zwischen den Gesundheitsausgaben und der Zunahme der Lebenserwartung in einem Land gibt es nicht. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Gesundheitsausgaben und Lebenserwartung. Und eine steigende Morbidität in einer Gesellschaft ist eher ein Qualitätsmerkmal eines Gesundheitssystems. Das ist ja die Perfidie eines Gesundheitssystems. Je effizienter ein Gesundheitssystem, desto morbider ist die Gesellschaft, nämlich je eher und besser einzelne Erkrankungen behandelt werden können, je länger die manchen dank des medizinischen Fortschritts auch mit einer chronischen oder unheilbaren Erkrankung wie Aids, Asthma oder Hypertonie leben können, umso höher ist die Lebenserwartung. Und mit steigendem Alter steigt nun einmal die Multimorbidität. Wir sterben nicht gesund mit 120. Also insofern ist die Morbidität auch kein Qualitätsmerkmal. Und die regelmäßig kolportierten Zahlen, gigantischen Zahlen von angeblich überflüssigen Doppeluntersuchungen aufgrund der in Deutschland typischen doppelten Facharztschiene, die vielen überflüssigen Operationen, über die gestern Herr Jauch eine ganze Sendung gemacht hat, da gibt es anekdotische Belege dafür. Aber so richtig nachvollziehbar ist das alles nicht. Es gibt immer Einzelfälle, die man skandalisieren kann, aber eine durchgehende Belegung gibt es nicht, ganz zu schweigen, von den von Transparency International behaupteten Ausgabenverschleuderungen in Milliardenhöhe durch korruptionsbedingte Fehlsteuerung. So ein Ding kann man mal sagen, belegt, hat das bislang nachvollziehbar belegt, hat das bislang noch niemand. Und deswegen ist auch das von Karl Lauterbach so gern benutzte Bild, dass die Deutschen in Sachen Gesundheitspolitik ein Mercedes fahren, aber bloß ein VW bekommen, ist ein nettes Bonmot. Empirische Evidenz, nun ja, lässt auf sich warten. Und meine Skepsis gegenüber diesen vielfach korportierten, gigantisch schlummernden Effizienzreserven in unserem Gesundheitssystem, ich sage nicht, das IGES-Institut sehr, mit dem arbeite ich auch zusammen, wenn man sich einmal die Studien des IGES-Instituts ansieht, dann wird man feststellen, dass alle diese Vorurteile in den zum Teil sehr aufwendigen Studien eigentlich nicht nachvollziehbar belastbar belegt werden können. In der letzten Studie, die IGES dann gemacht hat für die Bertelsmann Stiftung für den Faktencheck, konnte man feststellen, ja, zwar Hinweise darauf, Hinweise auf Ineffizienzen, dass es recht deutliche regionale Unterschiede in OP-Häuflichkeiten gibt, die sich medizinisch nicht erklären kann. Das ist ein Hinweis auf eine Ineffizienz, aber das ist eigentlich noch keine Operationalisierung und auch noch keine Quantifizierung. Definitiv nicht, ja. Und diese Identifikation, ja, gibt auch keinen Ansatz dafür, wie denn diese Maßnahmen, was denn für Maßnahmen ergriffen werden können, um diese vermuteten Wirtschaftlichkeitsreserven zu heben. Also es ist, Anders sagt das sehr leicht, aber wenn man jetzt diese Missstände identifizieren soll, nachvollziehbar, wird es ziemlich schwierig. Und deswegen mein erster Satz, also mein erster Befund. Die wenigen soliden Untersuchungen, die es zur Leistungsfähigkeit wie zu den vermuteten Ineffizienzen unserer Versorgung mit medizinischen Gütern und Leistung gibt, dokumentieren eigentlich keinen Bedarf an Big-Bang-Reformen. Eigentlich keinen Bedarf an Big-Bang-Reformen, sondern sehr viel eher, ja, eine Fortsetzung des vor 40 Jahren von Herbert Ehrenberg eingeschlagenen Schritts, der kleinen Schritte, ja, Fehlanreize zu beseitigen und vermutete Effizienzreserven zu erhöhen, sprich, wie ich der kleinen Schritte, durch moderate Leistungsrücknahmen, Dämpfung der Arzneimittelkosten, Stimulierung des Wettbewerbs zwischen den diversen Leistungsanbietern und seit einiger Zeit eben eine, den Beitragsatzanstieg, dämpfende steuerliche Kofinanzierung. Und diese Politik der kleinen Schritte war viel erfolgreicher, als wir glauben. Nämlich der Anteil der Leistungsausgaben, auch das haben wir heute Morgen gehört, der GKV in Relation zum Bruttoinlandsprodukt, ist flach wie ein Brett seit Mitte der 70er Jahre, liegt zwischen 6 und 7 Prozent, das trotz Bevölkerungsalterung, trotz medizintechnischem Fortschritt, trotz Wiedervereinigung. Und die Leistung, die Qualität des Systems ist sicher nicht signifikant schlechter geworden. Ich sage nicht, dass es noch jede Menge sogar Effizienzreserven gibt, aber jetzt ein Königsweg, wie man die hört, das geht es nicht. Das wird immer eine Politik der kleinen Schritte bleiben. Und selbst für das Megathema der letzten zehn Jahre, die Bürgerversicherung, ist natürlich auch ein Megathema. Und es gibt in der Tat kein versicherungsökonomisches Argument für diesen Dualismus, den wir haben. Gibt es kein Argument für, der ist nur historisch gewachsen. Und deswegen kann man natürlich sich überlegen, wie überwindet man den. Allerdings, und das ist auch in den Vorschlägen der Parteien sehr klar zum Ausdruck genommen, wird diese Bürgerversicherung, die ja letztlich nur ein Problem lösen will, doch sehr oft als eine Projektionsfläche unerfüllbarer Hoffnungen benutzt. Nämlich Hoffnungen auf eine höhere Versorgungsqualität, auf eine Mobilisierung vermutete Effizienzreserven, die Demografieresistenz des Systems zu erhöhen oder zu einer klassenlosen medizinischen Versorgung zu kommen. Das hat alles, Entschuldigung, mit der Dysfunktionalität des dualen Systems nichts zu tun. Die Beseitigung dieser Effekte ist genau wieder der alte Schritt Politik der kleinen Schritte. Nämlich, wenn wir einen Blick ins Ausland werfen, da muss man nicht nur die PKV-Studie nehmen, zeigen eigentlich, dass Länder mit Bürgerversicherung also mindestens genauso große Effizienzprobleme haben wie wir. Und selbst wenn sie eine Bürgerversicherung haben, wo es sehr gute Argumente für gibt, und Sie wissen ja, auf welcher Seite ich stehe, sie werden nie verhindern können, dass sie die reicheren eine bessere Medizin kaufen können. Das werden sie nie verhindern können, es sei denn, sie erlassen ein Reiseverbot. Also insofern, das Argument der flächendeckenden gleichen Versorgung ist, Entschuldigung, das kann man benutzen, aber es ist ein bisschen eine Chimäre und eine Projektionsfläche. Das heißt nicht, dass man darüber nachdenken soll, aber die versorgungsseitigen Probleme werden durch eine Ausweitung des Versichertenkreises oder durch eine andere Art der Finanzierung eigentlich nicht gelöst. So, ja, nun zu den eingangs beschriebenen Janusköpfigkeit demokratischer Politik. Wenn wir das akzeptieren, dass Politik so einen Januskopf hat und damit natürlich auch Gesundheitspolitik, dann folgt daraus, dass gesundheitspolitische Beratung, soll sie erfolgreich sein, immer die Umdenkung mitdenken muss. Kurz, Beratung, die sich in der Erarbeitung von Maßnahmenbündeln erschöpft, würde ich mal als Politikfeldanalyse bezeichnen, aber definitiv noch nicht als wissenschaftliche Politikberatung. Nämlich wissenschaftliche Politikberatung muss in der Lage sein, zusammen mit den verantwortlichen Entscheidungsträgern, deswegen muss man sich überlegen, wen unterscheide ich, das heißt die Beratung, auch die wissenschaftliche Beratung hängt natürlich vom Adressaten ab. Und der Adressat ist immer ein Entscheidungsträger und deswegen wissenschaftliche Politikberatung muss in der Lage sein, zusammen mit den avisierten politischen Entscheidungsträgern ein Reformkonzept auch situationsspezifisch zu portionieren, das heißt große erdachte Lösungen, um den Preis der Mehrheitsfindung in sinnvolle Teilprojekte aufzuspalten, allerdings, das ist das Schwierige, ohne dabei das Gesamtkonzept aus dem Auge zu verlieren. Große Würfe gehen nicht, sie müssen, denke ich, portioniert werden. Und deswegen ist wissenschaftliche Politikberatung auch etwas anderes als wissenschaftliche Begutachtung, wie sie von Sachverständigen, wissenschaftlichen Beiräten, Forschungsinstituten, der Bertelsmann Stiftung oder Einzelforschung vorgenommen wird. Nämlich Reformvorschläge, die, jetzt kommt das Füßetreten, davon ausgehen, dass es objektiv möglich ist, sowohl den Reformbedarf, die Lösungsansätze als auch die richtige Reihenfolge festzulegen, das ist für mich ein technokratischer Approach, der unpolitisch ist und das war bislang nicht nur im Gesundheitsbereich, ziemlich erfolglos, was die Umsetzung angeht. Und ein schönes Beispiel ist hier aus einer Broschüre, mehr Strategie wagen, der Strategiekompass. Das ist brillante Politikfeldanalyse, aber keine wissenschaftliche Politikberatung. So, deswegen, die Bertelsmann Stiftung ist ein hochkarakterischer Think Tank, ergab und gibt bei anerkannten Instituten Experten zu wichtigen Fragen des Gesundheits- und Gemeinwesens-Studienauftrags, auch an mich dankenswerterweise, und komponiert daraus, ein Zehn-Punkte-Programm oder was auch immer, jedenfalls im Vertrauen auf die geballte Kraft des Fachwissens, der diversen beteiligten Policy Sciences, Reformpakete. Ja, von dem, was man glaubt, was man selbst glaubt, was für richtig ist. Wenn Sie aber jetzt einmal ganz ehrlich sind und analysieren, die die reversen Reformvorschläge, die Sie nicht im Hochschulbereich machen, den lasse ich mal aus, sondern im Bereich der Sozialpolitik gemacht haben, Renten- und Gesundheitspolitik, war trotz der analytischen Brillanz, der Umsetzungserfolg, lassen Sie mich vorsichtig formulieren, überschaubar. Der Grund dafür ist der folgende. Solche elaborierten und sehr stringenten Politikanalysen berücksichtigen nämlich weder die Frage, wie die für die Umsetzung erforderlichen Mehrheiten zu beschaffen sind, noch erhalten Sie, und das ist das Entscheidende, die politikfeldumgreifenden Kompensationsgeschäfte, die das Wesen von Politik ist. Also Gesundheitspolitik spielt nicht nur auf dem Feld der Gesundheitspolitik. Das Bargaining, das politikfeldübergreifende ist essentiell, also für Politik. Und daraus folgt dann, wenn solche wirklich elaborierten Vorschläge bei Politikern keine Resonanz finden, wird die Politik als beratungsresistent betrachtet. Das ist die typische Reaktion. Die tun nicht, was ich sage, also sind die beratungsresistent. Ob der Vorwurf gerechtfertigt ist, weiß ich nicht. Und gleichzeitig kommt dann natürlich auch so gelegentlich so eine Sehnsucht nach dem weisen Diktator auf. Journalisten haben den, Manager haben den und auch Oppositionspolitiker haben den gerne. Und hinter diesen Vorwürfen an die Politik oder den Sehnsüchten nach den großen Würfen steht stets der Glaube, dass es so etwas wie ein Gemeinwohl gäbe, dass sich doch jenseits des Gezängs innerhalb der Parteien und Interessenverbänden identifizieren dies. Also man glaubt, es gibt so einen archimedischen Punkt, da streiten die und es gibt so etwas, was das Allgemeinwohl ist. Ich glaube, das gibt es nicht. Es gibt kein Allgemeinwohl. Jedenfalls kein Allgemeinwohl jenseits der Partialinteressen. Sie erinnern sich an meine Definition von Demokratie und für mich folgt daraus, dass in einer freiheitlichen Gesellschaft das Allgemeinwohl immer nur so etwas sein kann, wie die Diagonale im Parallelogramm der jeweiligen politischen Kräfte. Das Allgemeinwohl ist keine invariante Größe. Das Allgemeinwohl ändert sich mit der Befindlichkeit der Altersstruktur, der Interessen innerhalb einer Gesellschaft. Es gibt nicht das, die richtige Lösung. Das Allgemeinwohl ist jedenfalls nichts Objektives oder von Wissenschaftlern identifizierbares. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Gerechtigkeit. Oder Ökonomen sollten eigentlich das Wort Gerechtigkeit nie im Mund nehmen. Die Kompetenz von Ökonomen zu beurteilen, was gerecht ist, ist nicht ausgeprägter als die von Bäcker und Hebammen. Ökonomen sind Spezialisten für Effizienzanalysen und Simulationsrechnungen. Aber was gerecht ist, das kann kein Politiker entscheiden. Ob ein Spitzensteuersatz von 52, 54 oder 75 Prozent gerecht ist, ist keine Frage, die ein Politiker, ein Ökonom beantworten kann. Der Ökonom kann die Wirkungen dieser Sätze simulieren. Die kann die Wirkungen der Umfinanzierung sagen, aber er darf nie sagen, der Bundesbeitrag ist die gerechte Lösung, weil da und da die Verteilung rauskommt. Da wäre ich sehr vorsichtig, das als mit dem Qualitätskriterium gerecht zu belegen. Das heißt, da sollten wir vorsichtig sein. Nun, eine Möglichkeit, die Erfordernisse einer ökonomisch-rationalen, in diesem Falle gesundheitsökonomisch sinnvollen Policy mit den umsetzungspolitischen Politikserfordernissen zu versöhnen, ist, es wird Sie nicht überraschen, dass ich das jetzt sage, die Reformvorbereitung in und durch Kommissionen, lassen Sie sich überraschen, zeitlich befristete und ad hoc einberufende Regierungskommissionen nehmen so eine Art Zwischenstellung zwischen Beiräten, Sachverständigenräten und politischer Beratung auf. Genau kann man das gar nicht identifizieren, ist das nur ein Zwitter. Besonders Gerhard Schröder hatte mit und über Kommissionen Politik vorbereitet und auch die Umsetzung von Reformen vorbereiten lassen. Kommissionen haben immer und zu jeder Zeit die Aufgabe, nationale und internationale Erfahrungen zur Lösung eines Problems zu sichten und darauf aufbauend eine konsistente Strategie zu empfehlen. Kurz, sie dienen der Policy-Rationalität. Nicht nur, aber auch. Und zu den Aufgaben jeder Kommission gehört es immer, unbequeme Wahrheiten zu formulieren. Das heißt, in der Formulierung der unbequemen Wahrheiten die Politik zu entlasten und damit Problemdruck und Handlungsbedarf zu erzeugen. Zweite Funktion jeder Kommission besteht darin, Zeit zu kaufen. Das heißt also, zeitliche Spielräume für den politischen Entscheidungsprozess zu generieren. Das macht jede Kommission. Und diese beiden Funktionen haben alle Kommissionen, sowohl die kleinen Expertenkommissionen als auch die großen Kommissionen, in denen nicht selten die Vertreter der organisierten Interessen die Mehrheit haben. Die Arbeit dieser großen Kommissionen, Herr Edgerton weiß da ein Lied von zu singen, er war Begleiterin von Frau Müller in der Nachhaltigkeitskommission, läuft nie geräuschlos in der Öffentlichkeit ab. Die Arbeit in diesen großen Kommissionen ist wie ein Popcornkessel. Das fliegt alles raus, ja. Vertraulichkeit hin, Vertraulichkeit her. Bei Streitpunkten ist man immer geneigt, den eigenen Standpunkt, mit der eigenen Position sympathisierenden Medienvertretern zuzuspielen. Das gehört zu dem Spiel dieser Kommission. Deswegen zu glauben, können die nicht im Stillen arbeiten, funktioniert nicht. Expertenkommissionen und Arbeiten im Stillen, die großen Kommissionen, das war also die Harz-Kommission, das war die Süßmut-Kommission, das war die Nachhaltigkeitskommission, sind nun mal so diese kleinen Popcornkessel. Allerdings, die Aufgabe dieser großen Kommission, das wird immer wieder übersehen, besteht nicht mal in erster Linie in der Konzeption von policy-rationalen Strategien, sondern besteht, ich würde sagen, fast in erster Linie darum, da ja alle organisierten gesellschaftlichen Interessen da sind, in dieser kleinen Gemeinschaft der Kommission, die alle organisierten Interessen beinhaltet, ja auch im Streit, Kompromisslinien auszuloten, Bargaining-Geschäfte auszuloten, das ist eine Vorwegnahme der ohnehin zu erwartenden politischen Diskussion im Kleinen. Und deswegen, diese Diskussion in diesen Kommissionen soll eben nicht, wie Herr Papier meinte, die politische Willensbildungsprozesse in indemokratischer Weise ersetzen, ist völliger Quatsch. Sie soll sie erleichtern und beschleunigen, denn alle Argumente, die ja ohnehin in der Diskussion gebracht worden werden, selbst wenn wir im Stillen geteilt hätten, werden da bereits dadurch vorfinanziert. Und beispielsweise an den Minderheitsvoten in diesen Kommissionsberichten kann man sehr schön, ja, die möglichen Kompromisslinien ableiten. Das ist eine Funktion von Kommissionen, die oft unterschätzt wird, ja. Sie wie nach der Rationalisierung der politischen Willensbildungsprozess, einer rationaleren Diskussion im Kleinkreis als in der Öffentlichkeit. Und gemessen daran, was von den Vorschlägen umgesetzt worden ist, gab es, glaube ich, drei erfolgreiche Kommissionen. Das war einmal die Kommission zur Neuordnung der steuerlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen, wurden eins zu eins umgesetzt, die Vorschläge, relativ schnell. Dann die Kommission moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, die Harz-Kommission, wurde ziemlich, erst mal alles durchgesetzt, war ein Schrotschuss, dann hat man evaluiert und hat da dann viel weggeschnitten, aber was wir jetzt haben, ist auch aus dieser Kommission gekommen. Und dann auch die, ja, Kommission für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme, die Rürup-Kommission, war, vorsichtig formuliert, in Teilen erfolgreich. Ich werde gleich sagen, welche Teile es waren. Und eine wichtige Voraussetzung, das gilt jetzt für alle diese erfolgreichen Kommissionsvorschläge, bestand darin, und das fehlt bei Bertelsmann völlig, die frühzeitige Einbindung der Administration. Das ist ganz entscheidend. Nämlich die Administration kann durch ihre durchweg sehr hohe Sachkunde und mit dem Wissen um die Fragen der praktischen Umsetzbarkeit sehr viele Ideen befördern, aber auch von vornherein verhindern. Und mal ein ganz kleiner Exkurs. Wenn Sie das Vertrauen eines Ministers oder eines Kanzlers haben, gehen Sie dem zu, dem Erzählen dem was. Können Sie dem erzählen, was Sie wollen. Sobald Sie draußen sind, wird er zum Telefonhörer greifen, seinen Staatssekretär, seinen Abteilungsleiter anrufen und sagen, stimmt das? Und der muss dann Ja sagen. Das heißt, Sie müssen eine Bürokratie ansetzen. Nämlich jeder Minister, jeder Bundeskanzler muss sich auf seine Administration verlassen. Das ist seine Basis. Und deswegen, wenn Sie Vorschläge machen wollen, die umsetzbar sind, müssen Sie den leidigen Weg gehen, sich mit den Abteilsleitern, sogar mit den Referenten streiten. Die wissen verdammt viel. Und wenn Sie die überzeugt haben, dann sollten Sie nach oben gehen. Gehen Sie nicht erst nach oben und der wird ohnehin gefragt. Also insofern ist es sehr gut, also die Administration einzubeinden. Und deswegen ein Grund, warum sowohl die rentenpolitischen Vorschläge der Nachhaltigkeitskommission oder auch alle Empfehlungen der Steuerkommission sofort eins zu eins umgesetzt worden, bestand nicht zuletzt darin, dass Beamte aus den zuständigen Fachabteilungen von vornherein in die Entwicklung der Vorschläge mit eingebunden waren. Das Gleiche gilt auch, galt auch für die Empfehlungen der Nachhaltigkeitskommission zu einer ausgabenseitigen Entlastung der GKV. Auch Sie wissen, wir haben ja ein sehr kritisiertes Modell vorgeschlagen, ein Y-Modell, wobei der Stamm dieses Y-Modells waren die ausgabenseitigen Vorschläge und die Gabel des Y-Modells waren die konfligierenden Finanzierungsoptionen. Die ausgabenseitigen Vorschläge wurden, was gar nicht realisiert worden ist von der Presse, eins zu eins von Ulla Schmidt in das 2003 verabschiedete Gesetz zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen. Ist eins zu eins umgesetzt worden, die ausgabenseitigen Vorschläge. Die Gabel, der Finanzierungsanteil, der Finanzierungsteil, ja, war, lassen wir mal vorsichtig formulieren, politisch nicht sonderlich erfolgreich. Dieser Streit zwischen Pauschalprämien mit steuerfinanziertem Sozialausgleich versus einkommensabhängige Beiträge von allen Erwerbssettingen hat in der Diskussion in den Jahren 2003 bis 2005 heftige Spuren hinterlassen, sowohl im politischen Bereich als auch in der akademischen Diskussion. Es wurden sehr zahlreiche und aufwendige Berechnungen vorgelegt und komplexe Teilaspekte diskutiert. Allerdings muss man sagen, nach der Fast-Niederlage der ein Pauschalprämienmodell favorisierenden Unionsparteien im Bundestagswahlkampf 2005 wurde es absolut totenstill um das Pauschalprämienkonzept, wenngleich es von der ganz überwiegenden Mehrzahl der Gesundheitsökonomen favorisiert wurde. Das heißt, Policy schlägt nicht Politics. Ich kenne eigentlich keinen Gesundheitsökonom, der nicht für das Pauschalprämienmodell war, weil die Verteilungswirkungen sehr viel präziser und, und, und sind. Aber es war tot, unabhängig von der ökonomischen Rationalität. Wahrscheinlich lag es auch am Begriff, Kopfprämien kommt nicht so gut. Muss man sagen. Das heißt also, nachdem die Diskussion darüber eingeschlafen ist, hat man sich dann wieder mehr der Versorgungsseite zugewandt. Dann bekam die Diskussion aber wieder Schub, als dann Wolfram Richter, Finanzwissenschaftler aus Dortmund in den Jahren 2006, seinen Gesundheitsfonds vorschlug, hat das so die Blockade in der finanzierungsseitigen Diskussion gelöst. Dies aber, Politics, meine Damen und Herren, nicht, weil dieses Fondsmodell die Vertreter der Bürgerversicherung und des Pauschalprämienkonzepts überzeugt und versöhnt hätte. Nein, nur deswegen, weil der Fonds ein ordnungspolitisches Neutrum ist und er sich wieder hervorragend eignete als Projektionsfläche dessen, was man eigentlich hoffte. Ist der Fonds eingerichtet, deswegen war die SPD dafür, kann man, wenn er mal eingerichtet ist, sofort die PKV in den Fonds reinnehmen mit der Bürgerversicherung und die Union war für das Fondskonzept, ist der Fonds mal eingerichtet, kann ich sofort in einer logischen Sekunde daraus ein Pauschalprämienmodell nach niederländischem Modell machen. Das ist die Infrastruktur, die ein Neutrum war. Und das hat zu der Einführung geführt, nicht die theoretisch-ökonomische Überlegenheit dieses Konzepts. Wir haben ihn seit 2009, ob er wirklich so toll funktioniert, naja, kann man darüber diskutieren. Nun, ein letztes Wort, ich habe ja schon fast eh zu lange geredet, was vielleicht auch noch wichtig ist. Sowohl das Ob- als auch die Reichweite jeder Reform, zumindest auf den Feldern der Sozialpolitik, hängt. Das wird auch von Bertelsmann nicht hinreichend gewürdigt, nicht nur von Bertelsmann, sondern von vielen anderen, vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld ab. Das ist ganz entscheidend. In Lehrbüchern der Wirtschaftspolitik kann man lesen, dass ökonomisch gute Zeiten die ideale Zeiten für Reformen sind. Das Gegenteil ist richtig. Das Gegenteil ist richtig. Große Reformen im sozialpolitischen Bereich kann man immer nur in ökonomisch schlechten Zeiten machen. Warum? In ökonomisch schlechten Zeiten sind die Politiker aller Couleur, ich werde einige Beispiele bringen, mutiger und die Verlierer, die es bei jeder Reform gibt, sind verständnisvoller. Ich weiß es aus ziemlicher Nähe. Gerhard Schröder hätte vor zehn Jahren nie die Agenda 2010 eingebracht, wenn ihm ob der miserablen wirtschaftlichen Performance der deutschen Volkswirtschaft wirtschaftspolitisch das Wasser nicht zum Hals gestanden hätte. Nie. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass es eine sozialdemokratische Gesundheitsministerin, Ulla Schmidt war, die vor dem Hintergrund steigender Arbeitslosenzahlen, 2003, 2004, den GKV versicherten, eine Ausdünnung des Leistungskatalogs, Zuzahlungen, Zusatzbeiträge und eine Praxisgebühr zumutete. Während es ein liberaler Gesundheitsminister, Daniel Bahr, war, der in Zeiten eines sehr robusten Arbeitsmarktes und überquellender Sozialkassen das Lenkungsinstrument Praxisgebühr nicht intelligenter ausgestaltet, sondern abschaffte. Statt, wenn man eine Beitragsrückgabe macht, hätte man die Beiträge zurücksetzen müssen, nicht das machen, weil die Zeiten gut waren. Und es war auch ein liberaler Gesundheitsminister, der statt einer überfälligen Reform der Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung zunächst einmal nur die Leistung ausweitet. Das sind so viele gute Zeiten, schlechte Zeiten, was Reformen angeht. Und deswegen wäre eigentlich jetzt, wo Deutschlands trotz Euro-Krise es wirtschaftlich gut geht und wir, so komisch es klingt, was die Bevölkerungsalterung angeht, ein Zeitfenster haben. Nämlich gegenwärtig sind wir im Zeitraum, wo der Anstieg der Altersquotienten sehr moderat ist, fast stagniert. So ab 2018, 2020 wird der wieder sehr stark steigen, aber jetzt sind wir eigentlich in einer demokratischen Ruhephase. Deswegen wäre objektiv, wäre das jetzt wieder ein richtiger Zeitpunkt für Reformen, namentlich des sozialen Sicherungssystems, weniger bei der Rentenversicherung, aber auf jeden Fall bei der GKPAU und SPV. Deswegen sitzen wir ja hier. Aber sowohl die Politik der letzten Jahre als auch alle Wahlkampfprogramme zeigen ja eigentlich, gegen gute Zeiten kommt auch die beste wissenschaftliche Beratung nicht an, da nun einmal Politik in einer Demokratie eben nicht nur in der Umsetzung des sachlich Gebotenen besteht. Vielen herzlichen Dank. Applaus